Ja, was ist Persönlichkeit? Es gibt nur eine Rolle, die wir wirklich überzeugend spielen können. Das ist unsere eigene Rolle. Persönlichkeiten zeichnen sich immer durch die vier K's aus. Klarheit, dass sie ganz genau wissen, wofür sie stehen. Kompetenz, Fähigkeiten, Fertigkeiten, das, was sie auch hier lernen. Konkurrenz, diese Stimmigkeit, mal in sich hineinhören und mal gucken, was will ich eigentlich wirklich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wie ist eigentlich mein Basisverhalten? Und diese Konkurrenz, also das Innere mit dem Äußeren zusammen zu verbinden, das zeichnet Persönlichkeiten aus. Und das Letzte natürlich Konsistenz. Das, was ich heute mache, ist es auch das, was ich morgen noch machen werde. Ich kann mir jeden auffordern, jeden begeistern für das Thema Persönlichkeit. Wir sind immer das in der Öffentlichkeit, wie wir wirken. Das sind nie Zahlen, Daten, Fakten. Da gehört Fachkompetenz dazu. Aber es geht auch immer um das Gefühl, was wir bei anderen Menschen hinterlassen. Und das Gefühl, was wir hinterlassen sollten, ist mehr Sicherheit, mehr Selbstwert und mehr Bindung. Also, ich kann sicher, was wir bei anderen Menschen hinterlassen, was wir bei anderen Menschen hinterlassen,